Onkel, die Sonne scheint aber wieder mächtig. Also, ich bin jetzt 50 plus, ich bin ein dicker Junge voller Unzulänglichkeiten. Jetzt mit 50 plus, nachdem ich beim Zahnarzt Dr. Riesenschmerz war, kann ich diesen Pfeifton zelebrieren. Konnte ich 50 Jahre irgendwie nicht. Schhh, schhh, wirklich, das erste Mal in meinem Leben mit 50. Mal sehen, was die Zeit noch bringt. Wir sind 2023, es ist Mittwoch, ein feiner Mittwoch. Okay, ich habe die Müllejungs verpasst, aber ich konnte noch ein bisschen winke-winke machen. So, jetzt heißt es, Ersatzteile abliefern, Kalender checken, Amazon Plunder bestellen und um halb eins einkaufen. Heute Gorgonzola-Butter. Onkel macht Gorgonzola-Butter. Und Bulettchen. Hm? Italiener sagt Polpettchen. Aber wir sagen Bulette. Was denn sonst?